Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Ja, heute auf Vielfelden. Ich bin großteils auf Fasane und Schweine aus. Mit dabei habe ich die 9,3 x 62, dann den Snakebite und die 22er Pistole. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann mal los und melde mich, wenn ich was vorhabe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir da vorne Fasane. Dann da drüben noch ein paar männliche Fasane und da hinten irgendwo sitzen noch Glänse. Da. Dann fange ich mal mit dem Weibchen da vorne an. Gänse mitbekommen. Nein. Wie weit sind die denn jetzt weg? Schauen wir mal, ob ich mit dem Teile auch noch schließen kann. Oder wo? Sonst bin ich schon ganz blöd, oder wie? Und so, um auf ne Gans zu schließen. Naja, kann man nix machen. Da vorne liegt das Vieh. Die Fasane da drüben sitzen noch. Keine, da hat das schaut fett aus. Na, das ist halt das Problem, wenn man die am Boden schießt. Ich glaube, ich werde den Kleinen vom Boden schießen. Der Große sollte da was Anständiges sein. Ich werde ihn dann später mal spotten. Dann werde ich pfeifen und ihn dann mit, wenn es was Anständiges ist. Der auch als... Nein. Ja, das gibt es in letzter Zeit auch. Serverprobleme bei der Hunter. So, den erkennen wir uns mal schnell. Ah. So. Der Welche von den beiden, war jetzt der größere? Und dann spot sie doch. Na gut, ich biesch da noch ein wenig ran und dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, natürlich wieder zurück mit dem Scheiß. Disconnect. Fick dich ins Knie, Scheißspiel. Ah, das sieht doch... Mich regt das schon langsam schon auf. Man kann keine zwei Sekunden im Spiel drin bleiben. Ohne dass der... Jetzt reg mich nicht auf. Wie sagst du? Das ist schon langsam nicht mehr witzig, Spiel. Ich habe überall die beste Verbindung, die es gibt. Nur der Hunter stürzt die ganze Zeit ab. Beziehungsweise stürzt nicht ab. Es will mich dauernd raushauen. Wegen fucking Verbindungsprobleme. Die Fasane waren dann doch nicht so groß, wie ich sie gespottet habe. Bis du da fertig bist. Bin ich drei Jahre älter. Es dauert auch extrem lang, bis die Squatting anzeigt werden. Na gut, ich gehe weiter und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Darum steht jetzt ein Reh. Fick dich, Spiel. Ja, jetzt stürzt es ganz ab. Oh. Und Kraft. Stürzt nicht mehr ab. Und es liegt nicht an einem verfickten Internet. Das wird ja nicht sein. Ähm, der E. Squat. Fee. Gib ein Ruhe, du Scheister. Der ging knapp vorbei. Egal. Äh, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich da drüben bin. Sonst wird das heute nichts mehr. So, ich habe es jetzt nach 700 Millionen Disconnects geschafft. Äh, den Schwab... Ja. Na, seid ihr das auch so schön wie ich? Das ist jetzt Spielsicher gleich ganz queck. Äh, man sieht's, ich kann das Reh nicht einsammeln. Äh, was soll ich denn jetzt dann da groß dazu sagen? Außer, dass ich das jetzt beende. Und, äh, nichts. Es tut mir leid, dass heute das Video so kurz ist. Nur damit ich was hochladen kann. Aber, wie man sieht, mit den ganzen Disconnects und den ganzen Bugs, kann man nicht viel anfangen in dem Spiel. Und das Problem habe nicht nur ich. Ich würde sagen, äh, ich lade die Tage dann noch was hoch, wenn das wieder funktioniert. Äh, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.